Jetzt geht's! Das ist super! Ja, der Platzweg! Moment! Das ist ganz wichtig! Ja, ganz wichtig! Startkreis Nummer 50! 3, 2, 1, ab! Das ist sehr sicher! Sehr sicher! Danke! ZuttuOOOO Sehr sicher! Und? Was haben Sie gesagt? 34 Minuten. Ist das gut? Aber es ist etliche besser. Er hat gesagt, du bist aus deiner Rhythmus geworden. Wie oft wirst du denn gefahren? Wie oft darf man fahren? Einmal. Einmal. Die Westzeit ist 29. Und wie schwierig bin ich?